was geht meine freundin herzlich willkommen auf der kanal die jogi ist mal wieder weg am schlüssel für euch heute wieder von der ober schwaben map im ls 22 am hof eberhard grüß zeichnen ich wünsche euch einen ich glaube heute müsste mittwoch sein einen wundervollen mittwoch so ich bin gerade kurz dabei hier den ballenwagen startklar zu machen denn ihr habt euch gewünscht jogi kommt also wenn schon dann schon und dann praktisch bitte so wie es sich gehört auf dem ballenwagen das heißt das werden wir jetzt mal beginnen einmal die silage ballen grassilage ballen und einmal die heuballen ich weiß gar nicht was das wetter aktuell so spricht 33 grad evan freundes ist ja herrlich das sommerwetter so soll es sein wir gehen mal so lange zurück zum hof ich werde es natürlich mit meinem teleskoplader machen weil ich und fahrir sind wir sind einfach wir sind einfach bros bros fürs leben so dann haben wir gestern ich glaube gestern müsste das themen talk video habe ich glaube ich genannt gekommen sein da wollte ich einfach so hier und da so ein bisschen aus der leber aussprechen und das soll sozusagen das antwort video dazu sein ich bin mir jetzt nicht gerade doch heute ist mittwoch ist mittwoch ich bin komplett banane ich wollte eigentlich ganz kurz ansprechen und zwar war meine intention hier nicht ein video auf die beine zu stellen eine selbstbeweicherung das will ich gar nicht das bin ich nicht das da kennt er mich zu gut aber mir ging es eigentlich nur darum dass ich so ein bisschen in den raum war für was denn los ist mit den leuten ob die keinen anstand mehr haben und ihr wisst ich bin immer rege in den kommentar bereichen auch unterwegs und möchte mit euch so ein bisschen darüber diskutieren und ich glaube so unter dem strich können wir uns einig sein das thema ist folgendes zumindest ist es mein eindruck und bitte das ist jetzt klar nicht pauschal für alle aber ich habe den eindruck die heutige generation muss nicht mehr warten bei mir war es nämlich früher so da gab es doch kein amazon da hat man noch über otto oder über quelle wer kennt heute noch quelle hat man bestellt da man sich was rausgesucht und dann hat es mal eine woche gut lieferzeit gehabt bis das mal dabei also nicht so wie amazon prime dass es sogar im idealfall sogar noch am selben tag da ist also diese sofortige verfügbarkeit die gab es damals nicht und die heutige hat es ja sofort und das sind solche themen wo ich glaube auch dass es die jugend in dem sind auch prägen wird langfristig ich kann alles sofort haben in der menge in richtigen zeit wie ich das mir vorgestellt habe deswegen glaube ich sind halt auch viele so ungeduldig und können nicht mehr warten ebenso wenn man das ganze mal noch so ein weiterspinnt ich weiß nicht ob ihr euch so ein bisschen da die ja die augen aufhaltet schaut doch mal mediamarkt an mediamarkt ist doch auch so ein thema du kannst sie heutzutage alles leisten null prozent finanzierung ist gar kein problem die leute oder die jugend wie gesagt nicht alle die können ja gar nicht mehr mit geld umgehen weil halt auch hier dieser meiner meinung nach land effekt einfach nicht mehr gegeben ist ich kann auch hier alles jederzeit sofort haben obwohl ich gar kein geld habe und ich finde es ganz ganz schrecklich deswegen auch hier noch kurz angerissen das thema ich möchte meinen kindern das vorleben und gucken dass sie das auch verstehen wie man mit geld umgeht und wie man sich auch zu brot sozusagen verdienen kann wenn man mithilft bei uns war es ganz gang und gäbe dass man bei der oma der rase gemäht hat und habe da seine fünf mark kriegt und dann ist gut und das das sind die werte wo ich glaube die gehen langsam aber sicher verloren und das widerspiegel ich einfach auf diese ich möchte jetzt haben ich habe nichts dafür getan jetzt sofort los solche geschichten das ist so als abschließendes wort zu diesem thema gewesen ich fand es eigentlich ein ganz netter kommentar und zwar vom gabriel grüße gehen raus an der stelle vielen dank das war für mich der bodenständigste kommentar weil es so ist es halt für mich auch für mich ist es auch was mich aus dem alltag so ein bisschen rausnehmen soll und mich vom alltag entspannen soll ganz gemütlich am augen noch auch aus diesem grund bin ich halt auch youtube zuschauer ich bin genauso zuschauer wie jeder andere auch von euch da draußen egal ob ich jetzt beim warner rein gucke oder 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 da haben ja eine riesen auswahl bei der way läuft heute schon mal gut bin ich schon mal zufrieden bis dato könnten wir vielleicht nachher noch ein muggersäcke hinter schieben also an der stelle mega vielen dank für das tolle tolle feedback das ist na klar motivation und macht mir spaß und freude und ich wissen was ich ganz schön finde ich muss ja ein bisschen experimentieren mit youtube man experimentiert auch so ein bisschen mit dem titel und es hat sich hat mir bewiesen wenn du einen titel wählst den richtigen titel wählst dann geht halt auch dein video so ein bisschen steil steiler zumindest wie alle anderen so man kann das ganze klick klickbaterisch nennen und da würde ich einfach direkt mal zu einem zweiten thema noch übergehen es bietet sich halt dann egal ob pressen oder jetzt hier ballen stapeln da bietet sich halt an so ein bisschen themen talk rein zu bringen ich finde es halt schade dass man sich in deutschland dafür rechtfertigen muss dass man was erreichen will und es ist halt mal so man kann da klar sagen das ist ein klickbaterischer titel selbstverständlich ich mein bild zeitung ist damit groß geworden der eine oder andere von euch wird auch bild zeitung lesen also es hat schon sein seine daseinsberechtigung dementsprechende titel zu wählen aber unterm strich ist es doch so ich will na klar mein kanal so gut es geht voranbringen und es ist nicht so dass ich nur ein video macht und immer ein video monat und dann klickbaterischen titel wähle sondern ich setze mich hier halt wirklich massiv auf mein arsch und will was erreichen und arbeite halt auch dafür deswegen mache ich das auch schon zehn jahre lang deswegen kann man mir ganz ganz schlecht vorhalten dass ich das nur weg zum money und so weiter mache weil sonst müsste ich zehn jahre lang durchziehen für 27.000 abonnenten was super ist na ich freue mich riesig ich freue mich riesig über jeden einzelnen der auf mein channel findet aber dass man halt sich das dann vorwerfen lassen muss dass man das nur weg zum money macht und so das ist halt schwachsinn das ist halt doof wir gehen natürlich alle zum arbeiten weil man geld verdienen wollen das ist vollkommen klar also da bauen wir uns nichts vormachen ich glaube nicht dass irgendeiner aus jux und holerei zum arbeiten geht aber dennoch ist es bei mir in dem rahmen wo ich sage ich will halt was erreichen und ja da muss man halt die gewissen mittel auch so ein bisschen verwenden damit man weiter voran kommt das mal so an der stelle gut also vier stück haben schon mal reingebracht das ist schon mal gut für mich ich habe es bewiesen ich kriegs doch hin es lag also doch an diesem ballen spieß letztes mal mit der gewalt komme ich einfach super zurecht auch hier gewalt jogi fahresin das ist das das magische duo kinder ist noch von früher jovani elber freddy bovic und grasimi balakow da kann man in erinnerungen schwelgen sehr sehr schön das magische dreieck habe ich du auch gesagt ich habe das magische dreieck sagt oder ihr wisst was ich meine so dann machen wir hier hinten noch vier drauf und dann können wir oben jeweils noch mal auf jede seite drei und dann ist glaube ich auch gut sonst kriege ich wieder augen mit chris wenn ich zu hoch stable weil das nicht erlaubt ist in deutschland was habt ihr mir mal gesagt drei meter 35 oder so reicht es schon das müssen wir uns ganz kurz angucken ein bregerle noch ein kleines bregerle können wir noch hintere schieben wir schieben ihn lieber wir greifen ihn nicht wir schieben ihn lieber da muss man halt auch ein bisschen geduld haben zack und gute vorbereitung ist immer das wichtige machen wir den wieder grad stellen und schieben das ganze einfach durch das aufklappen ein bisschen nach rechts ich krieg das durch das aufklappen feinfühliger hin prägerle können wir nachher den nächsten nur rüber schieben so laden wir noch ein gemeinsam auf und dann würde ich sagen mache ich das mal so ein bisschen im off dass wir uns nachher noch mal die geschichte mit ball lager gemeinsam angucken können dass es nicht zu ein ödig wird hier das hatte ich nämlich letztes mal so den eindruck es war zwar ein super themen talk aber es ist halt dauerhaft pressen mal gucken das ist halt so dennoch war ich super zufrieden mit dem video auf jeden fall gut aktuell gibt es noch nichts neues karte ist im test by the way für diejenigen die schauen eh nicht so lang die wo sich für das für das ding interessieren die schauen eh nicht so lang aber die karte ist aktuell im test wieder was ich so ergibt wir könnten es auch mal probieren dann die dazwischen zu quetschen so aber ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder so ein baum noch und dann ist der anhänger erst mal voll wir brauchen also auf jeden fall zwei touren es sieht eher sogar aus nach drei touren ich bin mal gespannt es wird jetzt noch mal ein bisschen kurz tricky ich bin sogar überlegen wir könnten den vielleicht sogar noch ein muckersägele weiter oben annehmen so dann kriegen wir den noch mal schöner platziert das halte zum vorteil an dem teleskop lader mit dem frontlader musste den zu schräg rauf dass er nach hinten runter block und da habe ich halt so meine erfahrung dass dann gefühlt dass irgendwie eine ballen explosion gibt aber ich wollte euch einfach noch zeigen bis jetzt ist noch alles gut irgendwie liegt er doch noch nicht richtig oder da müssen wir nochmal am muckersägele weiter vorne so jetzt tiefenentspannt in den feierabend so machen wir die dinge an was wir haben haben den den wagen bekommt er übrigens im mod habe ich glaube irgendwie b bbsbsbs pack oder irgendwie so ähnlich gut also das haben wir schon mal bin ich schon mal zufrieden dann können wir den ich kann es ja immer mal wieder kurz testen job erstellen freie fahrt den parkstim jetzt einfach mal in hoffnung irgendwo hierhin job starten fahren wir bloß nicht den ballenwagen nieder ich sag das gell zieht er dort lang so dann haben wir das dann bringen wir mal das gute gespann nach hause in hoffnung dass man das heiligen ans ziel bringen so wir lassen uns zeit wir wollen es nicht umschmeißen hier ist ein bisschen schräg da müssen wir aufpassen helfer hat die arbeit erfolgreich beendet das ist schon mal schön so dann bringen wir die nämlich oben ins ballenlager rein ihr könnt egal ihr könnt es alle alle ballen da oben reinbringen durch die futterluke die ich groß genug gemacht habe sollte das alles soweit kein problem darstellen jetzt müssen wir bloß überlegen wie wir das am geschicktesten machen ja ich glaube ich lasse den sogar einfach hier mal an der seite hier stehen dann gleich ich denke wir werden einmal dann umdrehen müssen dann machen wir es uns einfach 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 wisst ihr wie ich meine den hier fahren wir mal ganz kurz an die seite so und dann braucht man den hier so rein und dann einmal links einmal rechts fertig aber so dass wir die sauber runternehmen können gut wir sind allerdings schon über der zeit das heißt in der nächsten folge werden wir mal oben das ganze ins ballenlager reinbringen ich hoffe euch hat das video wieder gefallen ich würde mich super freuen einfach durchziehen mit den likes das hilft mir und meinem channel in dem sinn gerne auch ein abo da lasst das kostet nichts oder sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen folge hier vom hof eberhardt macht's gut bis dann euer Jogi ciao